Menschen haben zwei Grundbedürfnisse, was uns auch gesund hält. Das eine Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Gestalten wollen, nach Autonomie. Und das andere Bedürfnis ist das nach Verbundenheit. Und Schule unterläuft, also das Schulsystem, so wie wir Schule machen, es gibt Ausnahmen, aber en gros, unterläuft diese beiden Grundbedürfnisse. Nämlich wir überschütten die Schüler mit fremdbestimmten Inhalten. Der Lehrer, das Schulbuch, die Arbeitsblätter sagen, was du tun sollst, du sollst, du sollst, du sollst. Sie können sich da gar nicht mit verbinden. Und durch die ständige Bewertung, durch Ziffernoten, wird die Verbundenheit, also Motivation und überhaupt Lernen erfolgt über Beziehung und diese Noten und die ständige Bewertung mit Ziffern von eins bis sechs zerreißen dieses Band der Verbundenheit.